N Ö Schluss Nö, Nö Nö weiß ich nicht Guckst euch mal diesen Raum an Würd ich auch anguckt, dan stößt man diesen Raum an Was hast du gemacht, Rechtsklick? Shift-Rechstklick oder So Das zieht aber übel zu viel ab Shift-Links-Klick, shift-Rechst-Klick, macht das wieder rein Als sagst du, du hast es damit einfach abgebaut und bist das erste Mal gestorben, oder was? Ja, das verbraucht Blut des Zeugs. Oh, GG! Er hat ein bisschen sehr viel Blut verbraucht anscheinend. Nein, ich hätte gar nichts mehr. Wahrscheinlich. Deswegen. Bewillig, ja. Hilfe, RTL! Meine Spitzsacke ist ein Papier! Ach so dumm. Ach, weiß noch nicht. Mopstops, Mopstops. Ey, wo ist denn das Scheiß-Ding? Was hab ich jetzt gemacht? Mit der Kristalle. Overclocker? Was ist? Hallo. Meine Kristalle. Ja, danke, du mit der Kristalle da immer. Ja, danke, du mit der Kristalle da immer. Ja. Ja, bis morgen. WT. Ach, Black, wo ist das hingepackt? Sag deine Mutter, sie träumt. Was ist hingepackt? Den Scheiß-Villager-Kack-Ding. Unten, in deiner Kiste, bei den... Da ist das? Magical Cropes hier und den... Den mit dem Harvester, da hab ich den reingetan. Die Spitzsacke. Nein, nicht die Spitzsacke. Ich suche den... 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 den Single-Use-Ding da. Single-Use-Ding da. Der... Safari-Net. Ah... Aha... Single-Use kann man nur einmal benutzen, die gehen wahrscheinlich davon kaputt. Logisch, oder? Ja, aber irgendwo das... aber wir hatten noch ein Multi-Ding, meine ich. Nein, ich meine nicht. Safari... Ich mach's nur eins. Äh... Ne, ne, Single-Use-Ding ist groß ist das, ne? Safari-Net, ne? Äh... Ja... Ender-Perle, und da kann ich eben machen, da hab ich doch die ganzen Sachen. Ich mach hier grad unten eine. Müsste... Ender-Perle müsste da auch irgendwo sein. Abs. Weil die Crops sind ja jetzt... gehen ja jetzt richtig ab. Du musst das Feld jetzt auch bald größer machen. Ist auch in der Kiste, unter dir, ich hast. Doch. Der unnötigste Grund, um AFK zu gehen? Ich fahr ein Chips kaufen. Joa. Weiß mehr warum? Weil Chips dreiße sind. Alter, guck mal wieviel Ender-Dinger. Also ich... muss sagen, ich verstehe das neue Stormcraft nicht, das alte vereinfache. Ähm... Und wieviel Blatt verbraucht die? Ich kann die gar nicht benutzen, weil die auf dein... weil die auf dich gepulst ist. Oh. Welcher hat dann die ganze Ohr hier in das ME-System reingetan? Irgendeiner, der am abbauen ist und da oben immer rumgammelt. Okay. Ist ja einfach zu dumm, ne? Ich weiß nicht, schau mal wieviel Stormcraft weg ist. Ist das... zwei, drei? Und vier. Glipp ich drei. Hier. Nein, Stormcraft hier gibt's ja noch gar nicht, oder? Vier. Doch. Ich bin der Meinung, das ist vier. Das ist vier. Dann ist es vier. Grundlagen. Dankeschön. Ähm, ich klau hier oben den Villager weg, ne? Was macht das? Chrome, Safari-Net, Crum-Cum. Jetzt bauen wir das mal eben auf, dann haben wir genug Blatt. Ah, nicht kaputt die Fenster! Was? Was? Was macht der noch? Ähm... Heißt der Auto-Spawner oder so? Ja. Ist das genau Auto-Spawner unter Enchanter unter Juicebox? Der Auto-Spawner. Üb... Ja, Emma Walls. Über drei. Ja, dann können wir ja dupen. Ja, egal. Ich weiß, hab genug. Emma Walls. Dank dir. Wart mal schon. Wie klappt jetzt? Elf oder so. Ohhhh. Such dir Welts, ich hab die auch ewig besucht. Ich lauf schon seit Anfang an hier rum. Pech, Kopf. Pech. Dann hab ich gemerkt, findet man ja irgendwie nur in Extremis. Nein. In Dschungel. 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 Neterwarzen. Fuck. Katja, wer Neterwarzen. Ähm. Nein. Wart du nicht Centos? Nö. Shit. Ja, ich hab eine. Auf welcher Höhe sind... Bei dir unten? Nein. Oben im Baum. Okay. Machst du's Lenny? Auf welcher Höhe sind Emeralds? Und hier. Emeralds kannst du nicht mehr farm. Danke. Ja. Wie? Doch, die kannst du farm, aber du findest die nie. Die sind so selten einfach. Doch, in diesen Minenschächten sollten immer welche sein. Aber vielleicht brauchst du eine Minenschacht zu finden. Was brauche ich denn noch? Vielleicht hier? Du willst auch nur so eine Spitzhacke, dann komm her. Boah. So eine Umbring-Spitzhacke. Ja. Ah ne. Stimmt. Ich brauche Gold. Ja, mach du erst. Ja, ich brauche das doch nur. Welche Höhe soll ich nach den suchen? Keine Ahnung. Du guckst doch selber, echt. Jetzt gibt's auch Google, wo du gucken kannst. Ja. 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 Habe ich grad guckt. Du sagst mir aber nichts. Hey. Du bist einfach nur zu doof zu googlen. So. Okay. Ich weiß doch nicht wo die Minenschächte aber am häufigsten zu finden sind. Ähm. Ach, kack so'n Ding noch. Ich hab' die dann jetzt nochmal. So, okay. Gold. Ich brauche ich zahlen. Dies. Dies. Schon wieder D weg. So. Standard irgendwie bei ihm. Standard irgendwie bei ihm. Ja, ist er nicht. Also jetzt rette ich wahrscheinlich gerade. Black. Oder feb zu dir, ne? Keine Möglichkeit, die Teile zu zu plizieren. Ja. Mit Mimichai, oder? Ja, mit Mimichai, aber kriegst du nicht. Dann such dir das mal schön zusammen. Nein, das ist... Weil Mimichai kriegst du schnell, du gehst in die Höhle, hast du... Black, du kannst auch davon profitieren. Sag ja. Nein, wir haben genug Strom. Wie, wie profitiere ich daran? Wie? Äh, ich baue ne Klon. Ich baue ne Klonkamera, dann kannst du mich unterfüllen. Ich kann dich auch so töten. Ich mach einfach Spawn-Campen. Jetzt erlarbe hin und ganz nie wieder daraus. Und ich helfe dir nicht raus. So, boah, der Sch... Boss. Ja, und die anderen werden sich daran kaputt lachen. Ja. Wie profitiere ich daran? Und jetzt sag ich vielleicht mal was Flash. Ich muss nicht die ganze Zeit mir was spritzen. Ich geh einfach auf meinen Klon, der sich da schon gespritzt hat. Na, weil... Wir suchen. Weil sie teuer das Klon ist? Ich bin die ganze Zeit suchen. Das Klon ist voll teuer. Nein. Doch. Ja, gut. Die Materialien dafür aber sonst. Ja, ist das teuer. Oh, ich brauch wieder... Dias. Lenny, 9 has 9. Komm her, ich hab ein paar. Nein, Mann. Guck dir mal die Magical Corsa, Mann. Alter, das Ding ist voll jetzt. Cool, wir können nur Enderpearl machen. Oh, mein Gott. Top. Gott ist nicht hier. Queen. Weißt du, die ganzen kleinen jetzt... Oh, nice. Ähm, 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 ähm. Was? Hast du keine Spritze mehr gehabt? Ne, ne, ich bin doch gestorben. So. Dann ist die Kabel. Ach, was mach ich denn hier? Ähm... Warte, ne, 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 hab ich gefunden. Keks? Ja. Und wo kaufst du den jetzt? Auf der Erde. So. Ah, du bist behindert. Na? Black, mal ne Runde hier rum gehen. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Ja, du hast keinen Zitsch. Lass mich beschieben. Ne, ich weiß. Trotzdem. Ich... Gab's ja nicht so ne Hose nach vorne? Du kannst, ähm, Blood Magic Hosen machen. Dann kannst du die Ziegel da reinmachen. Also sind das die, die, die... Aber ich würde damit jetzt noch nicht anfangen mit den Hosen und den... Also mit den, äh, äh, ähm... Ähm, mit den Rüstungsteilen, weil die verbrauchen Loot immer wenn du geschlagen wirst. Ja, ich werde ja nie geschlagen. Will ich hoffen. Hm, 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 hm. Ist ja egal. Haben wir ja genug. So. Hm. Ah, jetzt... Ich hab die Tertel immer nicht losgeschickt. Shit. Weil... Ich hab... Es war irgendwo hier hinten. ... Hm, 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 hm. Der though. Dann komm jetzt mal den hier noch. Bleibst da noch hier? Oh, oh, ich muss niesen. Kann man anschließen. hachuu macht er so nicht, man mutet eh wieder zentus leasen die mutationen, hachuu ne ich hab genießt, auch genutet es war einfacher pikachu aber das fuel nur welches pokemon ist es? pikachu, nein hachuu dann ist es aber mal ein anderes verdammt pikachu guck mal, was ist es? it's pikachu wie heißt pummelow eigentlich, keine ahnung it's pummelow richtig geil da ist so 100 pummelow da sind lachs und dann lachs und spacken halt zum maul ja, man konnte sehen, dass es kein pikachu ist und der meint so und dann so und dann so ein anderes punktleiter so so richtig geil am ausdicken wo sind die ganzen erze her ich hab's jetzt nur ganz weit in emerald gefunden ich fühl mich voll stolz hey, da war noch ach, sind die im system jetzt drin oder was? ne, weißt du ja, geil vielleicht mach ich x rage ist doch besser zu finden guck mal was ich jetzt gemacht habe ich hab da noch einen zweiten grinder geht wenigstens schneller hab ich eigentlich schon die ganze Zeit vor, aber dann hab ich mal andere Sachen gemacht ja, ich wollte auch schon ganz die turtle starten aber das kennt man ja irgendwie, ne? willst du was machen oder machst du was anderes? hm, kenn ich irgendwo ja 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 ja, aber wirklich, so geht das schneller ja, warte und da wir wegen zwei Spacken kein Eisen mehr haben kann ich mit dem anderen auch noch nicht anfangen